Was immer Tontaube ist, muss ich mal nachschauen. Das war großartig. Es scheint, dass Film einen neuen Helden trainiert hat. Ist Stärke das Wichtigste für einen Helden? Was du wirklich brauchst, ist ein starkes Herz. Wie bekommt man nun ein starkes Herz? Wenn du die Antwort nicht weißt, bist du kein Held. Sprich nicht den Rätseln. Das ist kein Rätsel. Okay. Schau mir mal nach, Tontaube. Oh, Reflektor. Sehr gut. Ziel wird mit dem Schwerper offen. Kombo-Duck gekonntes Tasten drücken. Er braucht vorerst nicht. Weil jetzt muss ich sowieso wieder meine Abilities umrüsten. Ich muss die Ausrüstung umrüsten. Ja, hört sich super an. Ja, ja. Okay. Wo kann ich... Hier, viel Abwehr. Die Abwehrkraft ist auch ein bisschen gestiegen. Das ist natürlich sehr gut. Wir würden die Ampests sinken, ganz klar. Es war viel mehr Angriff. Aber, pfff, ja. So ist gut. Jetzt kann ich wieder Abilities ausrüsten. Ich habe jetzt vier Punkte. Kann ich da Mühe wieder ausrüsten. Und noch den Reflektor. So, ich versuch's jetzt einfach mal alleine. Einfach so mal aus Spass. Ich glaub zwar nicht, dass ich weit kommen werde, aber... ...dann hätte ich's wenigstens versucht. ...पte sein. ...dann hätte ich's wenigstens verommen. Ich könnte zahlen, sonst hätte ich... ...dann hätte ich's wenigstens. Ich hasse dich. Ich hasse es. Diese Angsthase. Immerhaus. Ja. So, aber gleich mit zwei auf einmal gekillt. Das heißt, 20 Punkte. Das ist gut so. Ach, ich habe noch nie geschossen. Okay. Wir haben gleich mit einem Blitz. Maaah. Das ist gut. Heil! Das ist viel wert. Wir sind schon mal in die nächste Runde gekommen. Das ist schon mal viel wert. Die Ademann und die Ademann. Das ist sehr schwierig. So, vielleicht mal eine weg. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann nicht mal etwas machen. So, still. Das ist die Kraft der Keyblade. So, ich bin tot. Heal! Das ist die Kraft der Keyblade! So, ich müsste auch gehen. Die Zipfel ist mir eigentlich negativ egal. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel. Das ist die Kugel. So, geht's los. Das ist die Kugel. 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 Ich habe alle gekillt. Das ist die Kugel. Und ich bin genau im rechten Moment. Ausgewicht. Wurde ich nicht. Heilen wollte ich, genau. So, einer weg. Der? Ah, nicht ganz. Aber jetzt, weg. Genau. So, dich habe ich noch nicht erledigt. Triff, doch. Ich fahre seitdem. Na, so lange er weg ist, kann ich heilen. So, geht doch. Ich bin stark genug, um ihn mit einem einzigen Abschlussangriff zu killen. Für so einen starken Abschlussangriff möchte ich jetzt wirklich ein Kombo Minus. Das wäre wirklich super. So, komm, jetzt geh weg. Ich glaube, hier ist die Anzahl Schläge entscheidend. Okay, da kann ich jetzt ein bisschen Pause machen. Ja, ich glaube, das ist wirklich die Anzahl Angriffe. So, haha. Noch schnell genug, damit er mich nicht treffen kann. Ah, und jetzt habt ihr den Reflektor gesehen. Wenn ich also weiß, dass jemand angreifen wird, kann ich mit der Direktaste abwehren. Hier! Ach, nur wenn ich stehe. Ganz wichtig, nur wenn ich stehe. Nichts zu ihm. Okay, jetzt kommen die Kolossalen, ein schwieriger Kampf. Da. Stimmse man! Ach, ja. Das sind zu viele? Ich seh nichts. Heilen unbedingt! Das sind zu viele! Zumindest einer weniger jetzt. Haha, das wird schwierig. So. Ah, lass mich doch einen Magiangriff machen! Alle auf Kommandos ist extrem schwierig so. So, einer weniger. Zwei weniger. Nein, einer. Jetzt ist noch einer weniger. Jetzt werde ich keine Mühe mehr bekunden. Nein! Ja! 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 Nein! Heilen! Was habe ich als Item? Nein, nein, das habe ich. Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Ich muss gleich mal ein Item benutzen. Jetzt habe ich es mir noch gut. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wird. Wird das! Ich mache alles falsch. Alles falsch. Was habe ich als Reflektor, wenn ich es gar nicht benutze? Ja! 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 Oh, Glück gehabt! Ja! 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 Ich finde es nicht nett, dass du wieder in den Weg kommst. Oh, Glück gehabt! Sooo... Muaah! Du nervst, Yuffie! Du nervst mich so sehr. Stirb endlich! Warum willst du nicht? Jetzt nimm das! Stirb endlich! Nichts! Sooo... Naaah! Nein! Zu spät! Verdammt! Frustrierend... Sehr frustrierend. Naja, einmal versuche ich es noch. Einmal versuche ich es doch noch. 18.31, ja. Sehr weit bin ich nicht gekommen, ich habe den Pegasus Cup zwar geschafft, aber nur zu dritt. Nicht alleine. Ist ja auch sehr schwierig, muss man zugeben. Vor allem diesen Modus, aber jetzt keine Entschuldigung. Diese Scheissgegner. Total unmöglich, Maximum LP. Ja, das habe ich jetzt total nicht gebraucht. Abwehr wäre gut. Oder Angriff, irgendwas von beiden. Und noch besseren Magiepunkt. Genau, Magiepunkt. Das wäre jetzt super. So. Ein Gegner weniger. Die Draufhauer. Das ist so. Ja, der ist so. Der ist so. Ja. Das ist die Kraft der Keyblade! Okay, Moment, ich muss kurz unterbrechen.